Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, Simir, Lisa hat ein neues Video rausgebracht in Dance Performance. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf Instagram einen kurzen Ausschnitt gesehen und dachte mir so, oh mein Gott. Das dauert jetzt nur 1 Minute 22 und ja, da fangen wir an. Okay. Oh, Lisa. Oh mein Gott, ist die hübsch. Hip-Hop-Sazia. Ihr Outfit. Ey, wo ist sie da? Ey, wie cool. Oh mein Gott, ey. Best Dancer. Ey, wo ist sie aber echt? Ey, wie cool. Oh mein Gott. Uff. Ich wäre, es beweist sie wieder, ey. Beste Tänzerin. Ey. Ich brauche eine 10-Minute-Version. Cooler Song auch. Ey, cool. Also, auf jeden Fall, ich brauche eine lange Version von dem Video. Von dem ganzen Lied. Das ist voll cool gewesen, wie sie getanzt hat und wie sie aussah. Ihr Outfit war richtig cool. Und ihr Gesicht, wie immer, richtig süß. Aber es hat so gepasst alles so. Lisa. Lisa Madoband. Was sagst du? Ich fand den Tanz sehr cool. So Hip-Hop-Style und so. Und auch die Location. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist. Falls du vielleicht Bangkok vielleicht? Ich weiß nicht, falls ihr mehr wisst, in den Kommentaren schreiben. Bitte? Ja. Okay. So Leute. Ihr könnt auch gerne unsere anderen Blackpink-Reactions abchecken. Und falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert für weitere Videos. Und ja. Sagen wir mal. Tschüss und bis zum nächsten Video.